Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist die deutsche Nummer 1 und der amtierende Trippelsieger, hier ist Manuel Neuer! Schönen guten Abend, Manuel. Grüß dich. Bitte, danke schön. Dein Applaus und deine Gäste. Ich würde sagen, klares Heimspiel, wenn man die Atmosphäre hier so mitnimmt. Und gehen wir davon aus, wir haben auch viele Bayern-Fans hier, die heute sich auch freuen, sich um ein bisschen persönlicher zu erleben. Fangen wir doch einfach mal mit diesem wunderbaren Jahr an, also 2013. Irgendwas zwischen Bilderbuch und Märchen würde ich sagen bisher, dieses Kalenderjahr. Wenn du das nochmal so kurz Revue passieren lässt, was jetzt im Sommer alles passiert ist mit dem Triple Fußballgeschichte geschrieben, ist das für dich so ein bisschen auch die Erfüllung von Kindheits, von Jugendträumen, dieses Jahr 2013? Auf jeden Fall. Also gerade was den Profifußball betrifft, wenn du mit 19 Jahren wirklich in die A-Mannschaft kommst und im Seniorenbereich Fußball spielst und weißt, du hast einen Profivertrag unterschrieben, dann hast du natürlich erstmal kleinere Ziele, du möchtest erstmal spielen und möchtest erster Torwart werden. Und dann, wenn du Stammtorwart bist, möchtest du in die Nationalmannschaft und versuchen dein Bestes zu geben. Aber seitdem klar war dann, dass ich nach Bayern wechsle, wollte ich natürlich viele Titel gewinnen und dieses Jahr war einfach einmalig. Es war auch einmalig, was die Bilder betrifft, muss man sagen, die wir da teilweise gesehen haben. Wir wollen da ruhig nochmal eintauchen. Wir haben ein paar sehr schöne Feierbilder eingefangen. Also, was haben wir da beispielsweise? Manuel Neuer, wenn du dich mal noch so ein bisschen auch selber erinnerst, welche dieser Momente, der zum Beispiel. Sehr hübsch, ja. Wir haben einen 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 anderen einen 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 anderen einen 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 anderen einen einen anderen einen 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 anderen einen 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 anderen einen 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 anderen einen 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 anderen einen 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 Untertitelung des ZDF, 2020